Hallo zusammen! Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Paulus von Saulus. Ich freue mich unglaublich darüber, dass ihr euch dazu entschieden habt, auf dieses Video zu klicken und hoffe euch davon überzeugen zu können, mich auf einer für mich etwas ungewissen YouTube-Reise jetzt begleiten zu können. Vor der Kamera zu stehen und Menschen zu bewegen, war schon immer etwas, was ich einfach klasse fand, was ich schon immer mal machen wollte. Und ich dachte, jetzt, nachdem ich die Schule abgeschlossen habe, wäre das die perfekte Gelegenheit, einfach mal YouTube auszuprobieren und dadurch Leute erreichen zu können. Ich habe mir natürlich schon überlegt, was ich auf diesem Kanal für Dinge präsentieren möchte, was ich ausprobieren möchte. Das sind noch keine festen Ideen, die ich auf jeden Fall implementieren werde, aber es sind auf jeden Fall Ideen, die ich persönlich erstmal spannend fand zum Ausprobieren. Also dazu gehören Challenges. Ich habe mir überlegt, so Challenges zu machen. Lerne das und das in sieben Tagen. Da möchte ich ganz, ganz viele verschiedene Aktivitäten ausprobieren, beispielsweise ein Instrument zu spielen oder eine Sprache zu lernen oder weiß der Kuckuck was. Wenn ihr irgendwas habt, das ihr unbedingt lernen wollt, schreibt es unbedingt in die Kommentare. Das würde mich absolut begeistern, da irgendwas zu haben, was ich ausprobieren kann, was ich in dieses Format implementieren kann. Also so etwas fände ich auf jeden Fall ziemlich spannend. Dann, ja, so die üblichen Sachen, Film-Ratings von Filmen, die ich faszinierend finde, irgendwelche Musikvideos dergleichen, Sport-Challenges. Das sind alles Sachen, die mich begeistern. Also, wenn du als Zuschauer irgendetwas hast, wo du sagst, boah, das ist eine zündende Idee, da will ich, dass der Paulus von Saulus das macht, dass er das mal ausprobiert, dass ich mal gucke, wie das auf mich wirkt, dann schreib es unten in die Kommentare rein. Ich glaube, das wäre etwas, wovon du als Zuschauer und ich als YouTuber ungemein profitieren könnten. Also, bitte, bitte, wenn ihr irgendwelche zündenden, spannenden Ideen habt, schreibt die unten in die Kommentare. Ich hoffe, dass wir uns in naher Zukunft sehen. Ich weiß noch nicht, wie oft ich Videos werde rausbringen können. Ich werde bald mit dem Studieren anfangen. Aber auf jeden Fall ist geplant, dass ich in den kommenden Wochen, Monaten schon ein, zwei Videos auf jeden Fall rausbringe. Also, da freue ich mich echt ungemein drauf. Bis zum nächsten Video. Ciao. Macht's gut.